Hey guys, I'm Matteo, I'm a Nectar, wohne in Berlin und komme aus Italien. Hallo, ich bin Jasmin, ich bin eine ausgebildete Bühnenshow-Spielerin. Hi, ich bin Jakob, ich gehöre zum Club-Team und ich studiere pädagogische Medienarbeit. Mein Name ist Frau Sisakis, ich bin Theaterlehrerin am Vico von Bülow Gymnasium und freue mich riesig auf euch. Ich möchte euch auf die große Bühne stellen mit einem der schönsten Stücke, die wir überhaupt haben, dem Sommernachtstraum. Ich habe ein Team von professionellen Theatermachern zusammengebracht, die mit euch Shakespeare inszenieren. Shakespeare, one of the greatest theater writers ever. Ich werde bei einem wöchentlichen Kurs dabei sein und ich werde euch unterstützen mit Schauspielern. Wenn du mitmachst, dann kannst du bei mir einen Einblick in die spielerische Improvisation erlangen. Selbstbewusstsein kann man lernen. Und auf der Bühne zu spielen könnte dir nicht nur das bringen, sondern auch richtig, richtig viel Spaß. Wenn du mit meinem Team bist, dann machen wir die Publikationen für die Spiele. Und du kennst dich, wie Videografie, Fotografie, Design-A-Poster. Und wir machen die Advertising. Und du kannst dich, wie du mitmachst, wie du mitmachst und wie du mitmachst und wie du mitmachst und wie du mitmachst. Ciao, ragazzi. Hallo, wie geht's euch? Es freut mich sehr, bald bei euch wieder da zu sein in Potsdam. Jean-Andrea, grüße euch aus Frankfurt. Bis bald. Ich bin auf dem Weg. Seid dabei. Egal welche Sprache ihr sprecht. Egal aus welchem Land ihr kommt. Egal aus welcher Schule ihr kommt. Wir wollen zusammen Theater machen. You are welcome. Worauf weich bist du? Macht mit. Seid dabei. Probiert euch aus. Wir machen einen Film. We're waiting for you. Beahere dich über deine viewpoint! Vöre so radiosachsen! معك بطريقة جديدة ومختلفة مرحبا بكم Welcome everyone you must be blinded by the lights you must be blinded by the lights